Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zur weiteren Folge Drive to Survive. Wir sind ein Auto, oben seht ihr die Jahreszahl, das ist die Zahl, aus der unser aktuelles Auto besteht, 1913. Ist also eine ziemlich alte Kaschemme, sag ich mal. Und je mehr Punkte wir einsammeln, also ihr seht das ja, plus 14 Monate, da haben wir zum Beispiel jetzt ein Jahr drauf, hat fast nichts gebracht. Und in minus 5 Jahre verändert sich unser Auto und entwickelt sich immer weiter. 36 Monate, klingt doch gut, 3 Jahre drauf. Ist halt sehr, sehr alt. So, jetzt wird hier das Auto zerlegt und je mehr, also je besser unser, ach, ich muss ja irgendwas machen. Ah, ich kann rumlaufen, das bin ich. Aha, jetzt, ah, das sind die Schrauben, die ich quasi mit meinem Auto gesammelt habe. Und die kann ich jetzt investieren in, naja, also der Spiel sagt mich, soll hier gehen rein, in eine Metallpresse. Wir pressten Metallbarren, kennen wir uns aus, aus Meinungschaft sind wir komplett Experten. Da haben wir ganz schön viel schon. Jetzt können wir die Metallbarren einsammeln und, ah, zum Auto bringen. Sieh, für 120 kriegen wir das 1935er Auto. Und da geht es dort weiter, oder wie? Dann. So, jetzt können wir für, jetzt können wir unser Geld multiplizieren. Aber für was ist dann Geld? Geld haben wir jetzt ja gar nicht ausgegeben, ne? Wir hitten für, easy. Ah, dafür ist Geld. Ja, Plus oder Income? Beides. Aha. So, zack, 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 plus drei Jahre. Äh, minus sechs Jahre. Junge, jetzt bin ich ja, häh? Ah, was ist das denn jetzt hier? Ah, jetzt kann ich Jahre einsammeln statt Geld. Boah, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Wir sind ja, okay, oh, jetzt sind wir schon hier VW Käfer-mäßig. Jetzt sind wir schon bei 19 oder 30, ja, alles wieder abgezogen, wie sinnlos. Aber jetzt elf Jahre wieder drauf. Was ist er denn? Und färben? Aha. Und zwei Jahre. Okay, Geld nehmen wir mit. Ausweichen. Wir nehmen zwei, minus zwei Jahre, plus ein Jahr und ein bisschen, plus Junge, drei, fünf, sechs Tage. Da muss man auch ein bisschen Kopf rechnen können hier. Das ist jetzt ein gutes Ergebnis, Leute. Das ist gefärbt. Da hatten wir so eine kleine Spielzeugfigur, so ein Wackeldackel. Was sagt der? Need help. Was sagt denn der mir hier? Ah, okay. Wenn wir den kaufen mit einer Werbung, dann sammelt der für uns die Barren ein und so weiter. Aber brauchen wir... Aber warte mal. Man kann ihre Safe noch mehr herstellen. Weil ich dachte, guck mal, das ist ein riesen Raum, da wird man safe später noch mehr kaufen können. So. Jetzt liefern wir die hier alle ab, oder? Wir brauchen 100. 100 ist aber viel. 80 noch. Und jetzt habe ich auch nichts mehr, ne? Scheiße, Alter. 71 noch. Wir haben schon mal Reifen. Es geht voran. Let's go, machen weiter. Epic Item. Ah, das ist der, den ich eingesammelt habe. Was ist denn das da rechts jetzt? Oh. Alter. Minus 10. Man, die ziehen aber auch immer acht Jahre. Zack. Zwei Jahre. Wow, habt ihr den Motor gehört? 444 Tage. Ich habe einen Schlüssel. Jetzt Geld in der Luft einsammeln. Anderer Rampensprung. Zwei Jahre nochmal drauf. Ich weiß gar nicht, was unser Rekord war in Jahreszahl. Ob man auch in die Future kommen kann? Weil 1932 ist ja noch... Das ist ja mau. Mal kurz haben wir diese Figur oben in unserem Auto. Diesen Wackeldackel. Wackelroboter. So. 28 Schrauben haben wir dafür bekommen. Also Muttern. Wie gesagt, das ist natürlich nicht viel. Wir liefern den Rest auch noch ab. Und holen jetzt hier alles. Wow, hä? Das ist ein Riesenstapel. Warte mal, 51. Hier können wir uns 28 holen. Aber selbst damit reicht das nicht. Nächstes Rennen. 40 Monate. Nice. Vier Jahre. Nice. Eine Färbung. Ein Geldweg. Da sehe ich mich. Aber vielleicht... Ich weiß nicht, ob Geldweg so klug war. Da kriegen wir halt auch wenig Mudder. Ne, wenig Schraubteile für das Auto. Wenig Müll. Wir nennen das Ding jetzt mal Müll. Wir müssen uns hier auf den Begriff einigen. Und ich habe keinen Bock, die ganze Zeit Schrauben zu sagen. Also Müll ist ja auch Quatsch. Wir machen... Oah. Alter, das Spiel ist fast gecrashed. Reinigen. Oh, direkt... Was ist das denn? Das sind fünf Jahre. Habt ihr gesehen? Das Spiel hat komplett rumgelegt. Elf Jahre. 33. Und jetzt nochmal ein Jahr. 34. Okay, das ist nicht schlecht, glaube ich. Wie viel? 28 Schrauben gerade mal. Ist ja komplett Müll. Vielleicht komme ich aber auch erst weiter, wenn ich das neue Auto freischalte. Kann das sein? Also auf ganz dumm gedacht. Ich weiß auf jeden Fall, dass das jetzt reicht. Wenn wir uns diese 20 Bonus Barren noch holen, sollte das safe reichen. Reicht auf jeden Fall. Easy. Alles abliefern. Und... Das sind nur sechs, oder? Nein, nein, nein. Als ob das jetzt nicht reicht. Zwei nur noch. Oh Mann, ich bin so ge... Ah, wir haben noch Schrauben. Boah, zum Glück. Ich war komplett gebrochen. Als ob das jetzt wegen zwei Schrauben scheitert. So, Hammer. Zack. Abgeliefert das Auto. Let's go. Was passiert jetzt? Ah, jetzt haben wir so eine Bonus... Oh, was ist denn das jetzt? Okay. Ah, jetzt schalten wir das Auto frei. 19,35. Okay, macht Sinn. Und ich habe ein bisschen Bonusgeld eingesammelt. Race mit diesem Auto. Klar. Oh Gott, wir machen ein Autorennen. Was ist jetzt denn los, ey? Der macht anderen... Oh. War ein bisschen gekackt am Anfang, aber wir holen das schon auf. Easy, easy. Juge, der ist ja komplett der Idiot. Wie fährt der denn? Ja, wir haben das locker. Wir sind gut vorne. Sollen wir keinen Unfall machen? Alle Booster schön mitnehmen. Und als erstes sind sie hier mit Abstand. Wir nehmen doch einen Formel 1-Benzern, Alter. Nö, das Epic-Item. Ne, wollen wir nicht. Das ist hässlich. Military-Fahrzeug. Level completed. Nö. Okay. Ah, jetzt haben wir das Auto. Das ist geil. Okay. Geld? Ja. Let's go. Da konnte man rechts Sachen drücken. Das habe ich jetzt erst gesehen. Das müssen wir gleich machen. Rennstrecke. Ne, wir machen keine Rennstrecke. Rennen hat man gerade. Wir müssen hier auf Nummer sicher... Oha, 1951. 54. So weit waren wir noch nie. Oh, es hat geleckt. Ich bin fast... Oh nein. 44 Jahre. Egal. 47. Trotzdem. Das wird ein Rekord. Das wird safe ein Rekord. Äh, neun Jahre. Nochmal elf Jahre plus. Das ist wichtig. Zweiter Schlüssel. 15 Monate nochmal plus. Und wir gehen rein. 54, ey. Das ist ein 1950er Auto. Kriegen wir 36... Ah, jetzt hat sich das Ganze hier entwickelt. Ah, jetzt brauchen wir für das nächste Auto auch so... Glas. Okay. Beides 120. Ja, da können wir... Das dauert jetzt, Leute. Bis wir mal das da haben, ne? Das heißt, wir liefern das eine da ab und das andere da ab. Und der macht da so Glasplatten raus. Und jetzt müssen wir das hier alles auch abliefern. Kann er das alles tragen? Geht das? Jawohl. Mach ich auch noch mehr. Ah, ne. So. Abliefern, meine Freunde. So, das sieht ja schon ganz gut aus. Ah, da brauchen wir noch sehr viel mehr. Sehr viel mehr für das Auto. Ein Schulbus. Das würde ich schon fühlen, ne? Ah, plus ein Jahr. Easy. Let's go. Plus 48 Monate natürlich. Minus zwei Jahre. Zack, zack. 36 Monate. Das Auto in Geldgrün. Durch die Luft driving. Kriegen wir locker hin. Zack. Plus 65 Jahre. 2016. Das war so ein Zeitmaschine-Warp-Tor. 2012 ist so viel Cash das jetzt gibt. 3.600. Wir sind bei 2012. Äh, zwei Jahre. Wenn jetzt nicht noch ein dickes Minus kommt, wird das auf jeden Fall die absoluteste Rekordrunde. Fünf Jahre. 2015. 2010. Es ist wichtig, dass... Ja, 2010er Auto jetzt. Puh. 60 Dinger. Ah, das reicht nicht ganz, Alter. Wenn wir nochmal so eine geile Runde haben, dann sind wir durch. Oh, wir können eine Kiste öffnen. Boom. 140. 140. Okay, diese Wackelfigur. Das ist LeBron James, oder? Der Wackelbeispieler sieht ein bisschen so aus. Brauchen wir aber nicht. Wir haben einen. Wir bleiben mit dem zufrieden, was wir haben. Jetzt können wir unser Income erhöhen, könnte sagen, oder? Ja, Income erhöht. Weiter geht's. Let's go. Das ist wieder so ein Warp-Tor. Nee. Das ist Challenge-Fahrt. Okay, Challenge. 1990. Die Dinger darf ich nicht berühren, oder? Ist ja anders schwer. Das hat mir das jetzt gebracht. Das hat mir ja gar nichts gebracht. Wie soll ich den ausweichen? Das ist ja die Strecke, ist nicht breit genug gewesen. Hallo. Mann, ich habe mein Bestes gegeben, Leute. 1942. Ist aber trotzdem ein ganz gutes Ergebnis. Okay, 1950er Auto. 40 Monate. Nee, drei Jahre. Besser. 36 Monate obendrauf. Sehr schön. Zack. Ist okay. 1950er Auto. Den hat man auch noch nicht. Schickes Auto. Aber 36 reicht es vorne und hinten nicht, Leute. Das ist Quark. Das ist Quark. Wir brauchen noch acht Stahl. Sind das? Das müssten ungefähr acht sein, oder? Das sind auf keinen Fall acht. Das sind auf jeden Fall mehr als acht. Scheiße. Egal, können wir aufheben. Ist gut. Zack. Jetzt liefern wir noch das Glas ab. Das ist schon sehr viel, aber reicht leider nicht, ne? Wir haben den Bus-Level completed. Boom, mal fünf. Jetzt kommt wieder so ein Auto. Wie noch sechs Jahre? Dreiter... Oh, das sind ja krank viele Jahre. 1951. Da sehe ich uns auch. Jetzt noch mal sie... Oh, Alter, was hat das denn? Habt ihr das gesehen? Was ist da denn mit meinem Auto passiert? Du kannst ein bisschen Stimmungsschwankungen gehabt. Ein Jahr plus. Bam. Ein Ring. Neh mal. Also ein Schlüssel, meine ich. Ein Schlordel. Vier Jahre. Ja, das wird keine gute Runde. Es wird ein 50er. Oh, bei 55? Ne, gehört nicht. Ein 50er. Ist... Aber es ist ein anderes 50er, oder? Sonst war es doch immer das Rote. Ah, es ist ein 55er Auto. Das gibt es auch. So. Jetzt sollte sich das aber eigentlich ausgehen. Wir haben das nächste Auto fertig. Hey, guck mal. Jetzt haben wir LeBron James da doch vorne, ohne dass wir das gemacht haben. Ha. So einfach muss... Muss man das machen, ey. 1960er Auto. Jetzt starten wir auch mit dem. Das ist gut. Race. Ne, das hat uns gar nichts gebracht. Wollen wir mich jetzt... Car completed. Drive new cars. Mit einem Bus. Alter, siehst du, es kommt ein LKW. Das ist krank. So. Jetzt müssen wir mal da mal rechts gucken. Wir haben rechts da zwei Biken. Die habe ich noch nie angedrückt. Nämlich Name. Ah. Nö. Brauchen wir nicht. Shop. Ah. Den Bus. Natürlich. Deactivate. Ne, warte mal. Activate. Ich will den Bus fahren. Oder ist das hier? Ah, das ist unser Wackeldacke. Okay. Keys, Stickers. Hammer alles. Zurück. Aber ich fahre doch jetzt gerade keinen Bus. Ach, das sind wahrscheinlich so... Ja, wenn ich dann ein bestimmtes Jahr erreicht habe. Oh, das ist cool. Was ist denn das hier? Ah, das ist ein Wettrennen. Dritter. Zweiter. Erster. Gar kein Problem. Absolut easy vorbeigezogen. Ja, schneller. Plus drei Jahre. Wir sind bei den 1978ern. Aber jetzt verlieren wir wieder ein bisschen. Wir weichen dem Dreck aus. Waschen aber trotzdem. So viel Zeit muss sein. Plus zwölf. Plus ein Jahr nochmal. 83. Oh, das ist der Bus sogar. Seht ihr? 48. Was bauen wir jetzt? Junge, ich muss immer weiterlaufen. So muss ich solche blauen Röhren auch machen. Das wird immer mehr. Das sieht aber schon geil aus. Das ist schon geile Karre, Alter. Wenn ihr wollt, dass wir dieses Auto auch noch bauen, flankt auf jeden Fall den Like-Button. Abonniert den Kanal. Natürlich kostet es nur, Leute. Team Bensohn beiträgen. Das schadet nicht und kostet nichts. Und da ist man auf jeden Fall auf der guten Seite, wenn man das macht. Nur auf der sicheren Seite auch. Bis morgen. Euer Bensohn. Ciao.